Liebe Finanzmarktwelt-Community, es wird wieder Zeit für die Charts. Die gehasste Börsenrallye, die hat sich in der letzten Woche weiter fortgesetzt, aber das Sentiment, also die Stimmung der Marktteilnehmer, die Meinung, ob die Börse weiter steigt oder ob sie fällt, die wird, je weiter wir steigen, werden die Marktteilnehmer umso bullischer. Und das könnte die Bären freuen, die darauf warten, dass die Börsen wieder ein Stück weit fallen. Das gucken wir uns gleich im Chart an, bzw. wir schauen uns mal an, wie das Sentiment noch zuletzt aussah und wie es sich jetzt in der letzten Woche verändert hat. Bevor wir mit den Charts anfangen, abonniert noch den Kanal von Finanzmarktwelt, abonniert gerne meinen Kanal. Mein Name ist Mario Starnrücken, ich bin Trader, ich bin Daytrader und ich versuche euch heute auch wieder ein Stück weit zu zeigen, wo ich persönlich Positionen aufbauen werde oder es zumindest versuchen werde, wo ich plane, Positionen aufzubauen und aber auch, da gucken wir uns gleich den Ölpreis an, wo ich zwar geplant habe, Positionen aufzubauen, das jetzt aber nicht mehr mache. Und das schauen wir uns jetzt im Chart an. Wir starten wieder mit dem DAX Future und gucken uns zuerst an, was in der letzten Woche passiert ist, bzw. was in der Vorwoche passiert ist, was wir genau vor einer Woche gesagt haben. Da hatte sich nämlich der DAX hier in einer Seitwärtsbewegung aufgehalten, dann letzte Woche Freitag kurz unter dieses Unterstützungsniveau abgetaucht, aber direkt wieder angestiegen. Das war ein Zeichen, dass die Käufer weiterhin in Kontrolle sind und dass die Käufer weiterhin eher darauf abzielen, neue Verlaufshochs zu erreichen. Und das haben wir dann auch zum Wochenstart gesehen. Der DAX Future hat den Widerstand 11.250 bis 11.300 Punkte überwunden. Mein erstes Ziel lag bei 11.600 Punkten, das zweite Ziel bei 12.000 Punkten. Das erste Ziel wurde sogar überschritten. Da hat der DAX kaum Bewegung gezeigt, bzw. kaum Reaktion gezeigt. Das Niveau wurde zur Unterstützung. Dann haben wir aber, ich sag mal hier so, unterschritten, überschritten, unterschritten. Und das ist dann immer ein Zeichen, dass so ein Niveau einfach nicht akzeptiert wird. Und dann lösche ich das aus meiner Analyse raus. Denn es geht ja darum, ich muss versuchen, irgendwie zu gucken, was ist aktuell und wo sind hier aktuell markante Unterstützung, Widerstände, wo kann ich Positionen aufbauen. Wir haben jetzt für die nächste Woche, haben wir eine Unterstützung, eine erste Unterstützung im Bereich 11.509 bis 11.539 Punkte. Hier haben wir ein kleines offenes Gap. Markanter ist aber der Bereich 11.400 bis 11.450 und gerade der Bereich hier um 11.450. Da sehen wir auch hier ein offenes Gap und dann Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Hier nochmal als Unterstützung angelaufen. Sollte der DAX in den nächsten Tagen und tendenziell bis Donnerstagvormittag nochmal die 11.450 Punkte Marke anlaufen, dann ist das für mich ein kurzfristiges Einstiegsniveau. Hier plane ich kurzfristige Longposition mit einem engen Stop-Loss knapp unter der 11.400 Punkte Marke. Warum bis Donnerstag? Am Donnerstag 13 Uhr ist wieder die EZB-Sitzung, 14.30 Uhr die Pressekonferenz der EZB und da kommt es häufig zu deutlichen Kursbewegungen. Deswegen erwarte ich auch eher bis Mittwoch bzw. Donnerstagmittag so ein bisschen weiterhin Seitwärtsbewegung. 11.790 bis 11.825 ist jetzt erstmal kurzfristiger Widerstand, verlaufshoch, kann aber auch noch bis zu 12.000 Punkte ausgeweitet werden, dass wir hier so ein bisschen pendeln und dann ab Donnerstagmittag kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann wieder etwas mehr Bewegung in den Markt kriegen. Am Freitag haben wir noch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, der Non-Farm-Payrolls und auch die sind ja immer gut für deutliche Kursbewegungen. Schauen wir uns den S&P 500 an und auch da war das Bild eigentlich noch stärker. Da hatte ich gesagt, wenn man auf der Long-Seite was machen will, die US-Märkte sind ja tendenziell stärker als der DAX und auch im S&P, da hatten wir hier die große Seitwärtsbewegung und dann ein paar Tage lang Korrektur auf sehr hohem Niveau und das war ein starkes Zeichen dafür, dass sich der Trend weiter fortsetzt. Wir hatten dieses Range hoch hier zwischen 2960 und 2984 Punkten und an der Börse, da funktionieren ja so die einfachen Dinge, die funktionieren einfach am besten auch im Rahmen der Chart-Technik und das sind einfach Unterstützung und Widerstand und da gibt es ja die wechselnde Polarität zwischen Unterstützung und Widerstand. Das bedeutet, wenn so ein Widerstand, hier diese markanten Verlaufs hoch, wenn die überwunden werden, dann wird dieser ehemalige Widerstand zur Unterstützung und genau das haben wir in der letzten Woche dann auch direkt gesehen. Wir haben einen Ausbruch nach oben gesehen und wir haben gesehen, dass diese Unterstützung bzw. der ehemalige Widerstand wurde zur Unterstützung, wurde zur Unterstützung angetestet und das ist dann auch wieder ein Kaufniveau. Wenn wir eine Seitwärtsbewegung haben und dann aus dieser Seitwärtsbewegung ausbrechen, dann erwarte ich ja, wann entsteht ein neuer Trend? Nach dem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung. Dann erwarte ich, dass wir eine neue Trendbewegung sehen. Wie weit kann die führen? Wir sind jetzt schon, ich sag mal, im Aufwärtstrend schon relativ weit fortgeschritten, deshalb erwarte ich nicht mehr hier den großen Run nach oben, aber ich sag mal, für eine Trading-Idee mit Sicht auf die nächsten Tage, auf die nächsten ein, zwei Wochen, sind diese kurzfristigen Marken wunderbar und deshalb für mich sehr gut als Beimischung. Wir sind jetzt schon für langfristige Positionen, sind wir schon wieder viel zu weit gelaufen. Das hatte ich auch schon zuletzt gesagt. Und jetzt kommt wieder die Angst, 4 of missing out, die Angst etwas zu verpassen. Und das sieht man auch am Sentiment. Gucken wir uns hier nach diesem Chart an. Zuerst noch kurz der Widerstand 3080 bis 3135 Punkte. Vor allen Dingen hier diese zwei markanten Verlaufshochs, die wir da sehen, von Anfang März. Also im Bereich, ja, 3015 ist es ungefähr bis 3135 Punkte. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Niveau anlaufen. Und dann wird es spannend. Hier kann es nochmal zu einer Gegenreaktion nach unten kommen. Und je höher wir laufen, desto dünner wird die Luft, desto weniger aggressiv darf man hier auf der Long-Seite spielen. Und jetzt schauen wir uns das Sentiment des Marktes an. Also wie sind die Marktteilnehmer eingestellt? Was erwarten die Marktteilnehmer mit Sicht auf die nächsten sechs Monate? Und da hatten wir, das ist ein altes Bild, vom 13. Mai diesen Jahres. Und da waren noch über, ja, ich sag mal, 50 Prozent der Marktteilnehmer waren bärisch gestimmt. Und je mehr, ich sag mal, je größer die Masse ist, derjenigen, die denken, es fällt, dann kann es ja eigentlich gar nicht fallen, weil diejenigen, die haben noch nicht gekauft. Die warten auf niedrigere Kurse. Und wenn so viele darauf warten, ja, dann fällt es in der Regel einfach noch nicht. Und das war vor gut zwei Wochen. Und jetzt gucken wir uns mal das Sentiment aktuell an. Und hier sehen wir jetzt, dass nicht mehr 50 Prozent, sondern dass nur noch 42 Prozent bärisch sind. Und das Bullenlager hat sich auch deutlich verändert. Wo vor zwei Wochen noch 23 Prozent Bullenlager waren, sind es jetzt schon 33 Prozent, während der Markt weiter angestiegen ist. Eine Veränderung zur Vorwoche um 4,1 Punkte. Und wenn wir uns den historischen Durchschnitt mal anschauen, da nähern wir uns diesem jetzt schon wieder. 38 Prozent ist der historische Durchschnitt. Und der historische Durchschnitt der Bären liegt im Bereich 30,5 Prozent. Also wir nähern uns, je weiter der Markt steigt, nähern wir uns wieder den Normalmarken, beziehungsweise desto bullischer werden die Leute. Und das ist wiederum natürlich ein Zeichen, wo die Alarmglocken angehen müssen und sagen, Achtung, wenn jetzt die Letzten die heiße Kartoffel in die Hand nehmen, dann ist doch auf jeden Fall an der Zeit, mal die Finger wieder vom Markt zu lassen, die Long-Seite weitaus weniger aggressiv zu spielen oder mal eher auf Umkehrsignale zu gucken und auf die Short-Seite zu wechseln. Heute möchte ich auch mal noch die Nestec mit ins Boot nehmen. Und Achtung, die Technologiewerte ja mega stark momentan. Aber Vorsicht, 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 wir nähern uns dem Vor-Corona-Hoch, knapp unter der 9800-Punkte-Marke. Und ja, hier haben wir jetzt diese V-Formation bald abgeschlossen. Ja, muss natürlich nicht sein, dass sie abgeschlossen ist. Aber Achtung, so ein markantes Verlaufshoch, Allzeithoch, das ist immer ein starker Widerstand. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich die Nestec zuletzt langsam hochschleicht. Und auch das ist jetzt für mich kein Zeichen, was mich so wirklich überzeugt, hier auf dem aktuellen Niveau noch einzusteigen. Wenn wir ein neues Hoch ausbilden, dann kommt es auch immer wieder zu Gegenbewegungen. Neue Hochs werden nicht so aggressiv gekauft, wie, ich sage mal, vorher noch. Und daher braut sich hier auch an der Nestec so ein bisschen was zusammen. Rücksetzer erwarte ich. Also optimal wäre es, wenn wir mal den Bereich 8300 bis 8400 Punkte zumindest wieder anlaufen werden. Vielleicht sogar auch tiefer, das wissen wir noch nicht. DC ist auf jeden Fall so eine Marke, an der ich durchaus dann wieder eine Stabilisierung zumindest für ein paar Wochen erwarte. Schauen wir uns den Goldpreis an. Und da haben die Käufer zuletzt wieder zugeschlagen. Die Make-or-Break-Unterstützungsmarke 1670 bis 1690 hat gehalten. Und the trend is your friend. Zuletzt waren wir unten an der Unterstützung. Das heißt, als nächstes Ziel haben wir wieder 1780 bis 1800 US-Dollar. Hier ist markante, ja, ein markanter Widerstand. Wir bewegen uns jetzt schon relativ lange seitwärts. Und ich hatte vorhin schon gesagt, der Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung zieht häufig eine dynamische Trendbewegung nach sich und so auch im Gold. Wir haben eine fortgeschrittene Range und damit wird die Wahrscheinlichkeit einfach immer höher. Je länger der Trend läuft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausbrechen aus dieser Seitwärtsbewegung. Ein Stundenschlusskurs über 1790 wäre schon ein erstes starkes Zeichen. Ein Tagesschlusskurs über 1800 Dollar, die ja die nächste Bestätigung, dass wir hier vielleicht den Ausbruch im Gold nach oben schaffen. Gleiches gilt aber natürlich auch auf der Unterstützungsseite. Wenn die gebrochen wird, dann kann es auch hier nochmal 100 Dollar nach unten gehen. Heute möchte ich auch nochmal, oder möchte ich erstmals auch die Minenaktien mit ansprechen. Vielleicht sind diese ja dem Goldpreis schon etwas vorgelaufen und der Goldpreis zieht bald nach. Die Minenaktien hatten hier einen sehr markanten Widerstand zwischen 850 und 900 US-Dollar. Das ist der GDM-Index, den wir uns hier anschauen. Und auch hier ist es, alter Widerstand, wir sind nach oben ausgebrochen, wird zur Unterstützung. Jetzt die letzten Tage haben wir dieses Niveau schon einmal knapp erreicht. Also wenn wir das Niveau anlaufen, ist das eine gute Trade Location, um im Bereich der Minenaktien hier Position aufzubauen. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, da gibt es auch wieder was zu lernen. Und ich hatte zuletzt gesagt, Achtung hier im Ölpreis, Widerstand 35,80 bis 36,40 ist für mich Short-Niveau im ersten Anlauf. Und davon trete ich jetzt wieder zurück. Warum? Man darf an seinen Gedanken nicht festhalten, man muss gucken, wie sich die Märkte entwickeln und daraufhin dann seine Strategie hin ausrichten. So ein Widerstand, hier oben auch markantes Verlaufshoch, da wartet ein großes Gap, das ist eine ordentliche Hürde. Wenn so eine wichtige Chartmarke angelaufen wird und am besten erschöpft, das heißt, wenn wir hier zum Beispiel nach dem Ausbruch über diese Hürde, wenn wir dann direkt nach oben gelaufen wären, das wäre ein richtig schönes Short-Niveau. Da hätte wahrscheinlich, oder sowas handeln nicht viele und die meisten handeln es nicht gerne, weil es gegen unsere Natur ist. Wir sehen, boah, Mensch, der Markt bewegt sich so stark nach oben. Und genau das muss man shorten, weil dann ist der Markt nämlich erschöpft. Und dann haben die Käufer an Kraft schon deutlich viel aufwenden müssen, um den Markt so nach oben zu prügeln, zu pushen. Und irgendwann kommt natürlich auch mal der Zeitpunkt, wo die Marktteilnehmer sagen, ach so, jetzt reicht es erstmal, jetzt habe ich genug Profit angesammelt, jetzt verkaufe ich mal meine Position, jetzt sind wir an so einem Widerstand und da steige ich aus. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt für eine Short-Position. Hier im Ölpreis hat sich aber Folgendes gezeigt. Wir sind an die erste Hürde herangelaufen, haben diese ein bisschen überschritten. Wenn Sie mir die letzte Woche angucken, da war dieser Widerstand noch etwas tiefer, den musste ich anpassen, einfach weil wir hier verlaufshoch ausgebildet haben. So, und dann erneut verlaufshoch. Wir haben eine Unterstützung 30,70 bis 31,20. Da hatte ich gesagt, das ist kurzfristiges Kaufniveau. Und dann sind wir halt wieder an dem Bereich des Widerstands gelaufen. Insgesamt haben wir hier eine Seitwärtsbewegung gebildet. Und da haben im Grunde die Käufer erstmal Kraft geschöpft. Der Trend hier ist ja noch in Ordnung. Wir sehen wieder eine Korrektur auf hohem Niveau. Und bei einer Korrektur auf hohem Niveau, das sage ich immer, Vorsicht, die schreit eher nach einer Trendfortsetzung, so wie wir es zuletzt im S&P gesehen haben. Und so jetzt auch im Öl. Seitwärtsbewegung, Ausbruch nach oben. Und aus diesem Grund ist der Widerstand 35,80 bis 36,40 für mich jetzt erst einmal kein Short-Niveau. Hier schaue ich drauf, was in den nächsten Tagen passiert. Und dann entscheide ich vielleicht kurzfristig, wenn die Umkehrsignale irgendwie, wenn ich sehe, kurzfristig ist da, ja, einfach treten Verkäufer in den Markt. Da kann man dann auf der Short-Seite was probieren. Aber da darf man dann auch nicht zu viel nach unten erwarten. So von der Vorgehensweise. Und jetzt gucken wir uns mal noch die VW an. Da gab es nämlich zuletzt so eine erschöpfende Bewegung an einen Widerstand. Und hier sehen wir die VW. Und ich schreibe ja auch für Cash-Kurs für die Seite von Dirk Müller. Und da veröffentliche ich immer wieder Trading-Ideen. Und so jetzt in dieser Woche am Mittwoch für die VW. Da sind wir nämlich, wenn wir mal schauen, vor wenigen Tagen noch im Bereich 112 notiert. Und da sind wir jetzt schnell angestiegen. Vor allem hier, das müsste Dienstag, Mittwoch gewesen sein, diese schnelle Aufwärtsbewegung. Und als wir uns hier im Bereich oder als wir uns dem Widerstand angenähert haben, da hat man nämlich auch einen Gap-Widerstand, einen Volumen-Widerstand oder zwei Volumen-Widerstände plus halt diese Erschöpfungsbewegung nach oben. Da habe ich geschrieben, ihr Short-Niveau ist 146. Und sowas, das lädt dann einfach für eine Position ein. Erstes Kursziel wurde brutal schnell erreicht, geht leider nicht immer so schnell. Aber einfach von der Vorgehensweise her, Erschöpfungszustand an einem Widerstand, das ist häufig einfach ein gutes Niveau, um eine Position einzugehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe noch mehr, dass ihr vielleicht auch irgendwie ein Stück weit etwas mitnehmen konntet von der Chart-Technik oder vielleicht auch als Inspiration für eigene Trading-Ideen. Und bevor ich mich verabschiede, bevor ich euch in das lange Wochenende verabschiede, abonniert noch den Kanal von Finanzmarktwelt, abonniert gerne meinen Kanal, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende. Das Wetter soll ja gut sein und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.